Achso, lol, ich kann mich hier durch wechseln, oder was? Okay, das ist ein bisschen, sorry. Er will jetzt echt nicht böse sein, aber das ist Bullshit. Wie einfach willst du es machen? Pokémon, ja. Ja, jawohl, der nächste Kampf, Poppy. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll Poppy dran glauben. Echt toll, dass du es bis zum zweiten Kampf geschafft hast, aber jetzt ist es Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Meine Pokémon sind nämlich alle hart wie Stahl. Ach du Scheiße. Deine schwachen Attacken machen gar nichts aus, du wirst es schon sehen. Kommt raus, meine Lieben. Shit. Patina Raja. Oh, das ist nicht gut. Kram ist vom Typ Pflug. Ja. Fuck. Okay. Spannende Musik Pronson, Psycho, mach mal weiter. Das ist gut. Weiter Abstand gehen, fahren wir mal in die Zone. Das Glück, dass er so lebt. Okay. 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 Post Popi, ein Durchmarsch Ja, shit happens, kleines Mädchen Puh, aber wollte ich mich doch an dir rächen, Kai Ähm, ich hoffe doch mal stark, du wolltest dich nicht an mir rächen, sondern mich rächen Na ja, schwamm drüber, Popi Da du verloren hast, sollten wir jetzt zu langsam mal den dritten im Bunde rufen, oder? Oh, stimmt, ja Ich muss ihn schon lange nicht mehr rufen Aoki, du bist dran Oh, shit Hallo Businessman Hallo, ich bin's Aoki Ich bin's Aoki Das ist ein Doppelstück für den University Oh, ich bin's Aoki Da, wo ich Ich bin's Aoki Wie ich mich an den Doppelstück Bis zum nächsten Mal.